herzlich willkommen zu kems kleines amazon heute brand analytics teil 1 ich wurde jetzt doch oft angesprochen da drauf mal hinzuweisen was man damit machen kann wie man damit arbeitet da seht ihr schon datenauszug damit wollen wir natürlich nicht anfangen natürlich wird es um zig daten gehen wie man die aufbereitet umsetzt und auswertet brand analytics hat erstmal aktuell in den usa noch demografische daten das haben wir in deutschland noch nicht das heißt wir beschäftigen uns im schwerpunkt mit amazon suchbegriffe warenkorbanalyse und artikelvergleich und alternativkauf verhalten heute amazon suchbegriffe ja es geht noch nicht ums klick und umsatz fallen es geht darum was hier am ende alles steht und da fangen wir ganz einfach an ja ihr könnt ihr einfach drauf kommen über berichtsebene oder über den bericht markenanalyse und hier sind wir jetzt erstmal im allgemeinen teil will ich auch gleich erst spezifizieren wir bleiben vom allgemeinen und gehen ins spezielle hier könnt ihr einfach einstellen was ihr sehen wollt auf tagesebene kommen wir bis zum 13 september 2018 zurück ok also ein jahr daten auf tagesebene ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen was einige meiner kunden schon machen aber ja jeden tag runterladen e mail zeitplan erstellen und ihr kriegt jeden tag die daten und witzig genau vor einem jahr was fifa 19 jetzt ist gerade fifa 20 am trenden ihr könnt anhand des suchfrequenz rangs dann genau sehen wie relevant ist das wort oder nicht im vergleich zu den anderen das heißt nicht dass wenn laptop jetzt gestern auf platz 10 ist das nicht niedrigeres suchvolumen hat es geht um suchfrequenz rang ja das heißt nicht per se ist es besser oder schlechter in den übertages vergleichen aber wenn ihr alle daten nebeneinander habt könnt ihr sehr gut trends erkennen in welche richtung geht es was für würde werden gesucht etc gehen wir noch näher darauf ein das ganze lässt sich auch wöchentlich machen dann kriegt ihr einen kumulierteren ansatz für daten und auch hier kommen wir zurück sogar ein bisschen länger die woche vom 13 also auch ein jahr zurück mit daten aber wir sind schon fifa 19 ist natürlich wieder da interessant ist der umstand wenn wir hier drauf gucken 185.400 einträge wenn wir auf das tägliche switchen kommen wir auf 162.000 einträge wenn man jetzt die ganze woche hier durcheinander aufsummiert wird man auf mehr suchbegriffe kommen als im wochenbericht drin sind wir kennen die übergangsbereiche nicht wann etwas überführt wird monatlich ihr seht schon deutlich mehr und monatlich kommen wir zurück bis zum monat september 2017 wir sind so eben zwei jahre in der zeit zurückgegangen wobei warum auch immer er jetzt keine daten ausweist also man kann es auswählen aber er gibt keine daten das überrascht mich jetzt weil das eigentlich geht aber hier november geht wieder obwohl wir september oktober sehen können also falls amazon zuguckt hallo schön wir können es auswählen aber kriegen keine daten erster elfter 2017 also november 2017 wunderschön und quartalsmäßig natürlich seht ihr kommen wir dann bis zurück auch zwei jahre das schöne ist in einer etwas globaleren betrachtung mit großen zahlen macht quartal natürlich sinn um große trends zu erkennen allgemeine suchintention allgemeines kundenverhalten für eine spezifischere bewertung gerade saisonale ebnen ist wöchentlich natürlich relevant wenn diese song sommer winter oder sowas ist so was spezielles haben wir kurzfristige saisonalitäten wie valentinstag ostern oder ähnliches ist natürlich interessant ab vier wochen vorher woche für woche zu gucken um genau sehen zu können wann geht ein trend los und spezifisch oder prime day auswerten cyber monday black friday oder sonst was macht es natürlich sinn auf täglicher ebene zu gehen ja ich glaube es war der aus der 24 juli ich weiß gar nicht mehr ganz genau eigentlich schon wieder peinlich aber wenn man das nicht weiß ja aber muss es sein guck mal 300 300 6000 oder war es doch der 15 ja schande auf mein haupt naja hier muss in dem reich gewesen eine 500.000 suchbegriffe werden es angezeigt es ist sensationell sensationell was hier möglich ist das ganze macht uns einmal sind aber sogar noch ein bisschen einfacher wir können hier die hauptkategorien anwählen selbst warehouse die jetzt ist dabei und da gehen wir einfach mal auf kitchen und gucken uns den tag in kitchen an und dann werden wir natürlich jetzt nicht so viel bekommen aber du hast eine detailliertere betrachtung des spezifischen keyword sets ja um baby so gesucht wird oder an dem exakten tag das baby von der wickelrucksack natürlich die marke ganz groß in dem bereich ansonsten haben wir halt echt eine super super kernanalyse die daten kombiniert man sich frei und schön zusammen über die downloads ihr könnt ihr als csv und xlsx runterladen ihr könnt ein e mail zeitplan erstellen ja nicht wundern hier steht immer noch uk das ist aber nicht schlimm ansichten suchbegriffe natürlich auch für die jeweiligen bereiche oder die kategorie anwendbar und das geht aber noch weiter wir nehmen mal heute den den heutigen tag einfach oder den letzt verfügbaren das war der siebte entschuldigung der sechste und das dürrn dürfte halt kaum noch relevanz haben und trotzdem wird es noch eingegeben und auch ist noch ein bisschen oktoberfest ist wohl noch ihr könnt explizit nach einzelnen keywords suchen ja ganz 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 spezifisch du brauchst jetzt keine suggests mehr weil das sind echte suchbegriffe die müssen nicht meine suggest haben ja ich spreche ja immer über die low im beziehungsweise kleine fallzahl keywords das findest du hier drin natürlich dann oder wenn viel über google gekommen ist das will ich jetzt nicht extra zeigen aber ich glaube einige profis wissen was ich meine google zu amazon verlinkung haben andere keywords die könntest du hier dann auch direkt finden das ist genial ja das ist richtig mächtig und wir machen mal irgendein amazon produkt auf dem wir hier irgendwie so ein anker ding nach wenn man es überhaupt finden dann im alten apple iphone zack und ihr könnt natürlich auch ja sind eingeben ja übernehmen gucken wir mal ob die irgendwann geklickt oder gekauft wurde uja sogar recht häufig unter iphone 6 iphone 5 iphone 9 und so weiter dann seht ihr über welche keywords dieses produkt am häufigsten geklickt oder umsatz hatte ja sind ja immer nur die drei meisten geklickten asens nicht die positionierten die geklickten asens ja also genial asen möglich suchbegriffe möglich und so weiter alles downloadbar aber was machen wir nun damit ja ihr habt schon kurz gesehen wer will lest euch durch wir haben schon mal drüber geschrieben ihr kriegt dann so ein report mit suchfrequenz rang trainer welches wort ist es welche asen welcher titel klicks sind hier versteckt umsatzrate hier drei stück alle nebeneinander als allererstes natürlich einfach man kumuliert einfach die gesamten daten aber das machen wir beim nächsten video hier wollen wir jetzt einfach mal zeigen was wir alles machen können auch hier drin kannst du natürlich nach eigenen keywords suchen hier haben wir jetzt mal nach kaffee gefiltert und könntest für deinen produktbereich genau sehen im kaffee gibt es x viele suchbegriffe müssen natürlich hier noch filtern kaffee 543 sind zum thema kaffee wie viel sind zum thema topf das ist hier quartal zwei topf 334 mehr gab es gar nicht dieses thema topf enthalten haben das zeigt auch mal wie spezifisch eine keyword optimierung sein kann und natürlich fürs advertising warum nicht drüber reden spezial auswertung zum thema geschenke in welchem segment des suchfrequenz rangs kommen die häufig genannten geschenke keywords vor wir sehen es 10.000 bis 150.000 suchfrequenz rangen natürlich können wir auch eine längenanalyse machen oder eine wortbestandteil analyse ja welcher anzahl an worten kommt am häufigsten vor in unterschiedlichen diagrammdarstellungen es sind natürlich ein zwei und drei wort kombination ja kann man sich alles herausarbeiten du kannst auch die länge die länge anzahl 10 bis 30 zeichen sind alle keywords fast abgedeckt und vieles mehr du kannst auch eine kurze zählung drüber laufen lassen welche wortbestandteile sind die wichtigsten auf amazon welche überraschungen damen und herren und vieles vieles mehr kannst du herausarbeiten du wirst aber auch feststellen wie sich längen und umsatzverhalten verhalten aber das machen wir im zweiten video wir haben zu dem thema wie sprechen kunden mit amazon im suchfeld auf der seite von emma lives im blog eintrag da könnt euch das alles mal durchlesen dass du hier jetzt eine einfache keyword optimierung machen kannst weil du nur noch wirklich eingegebene echte eingegebene keywords hast ist ein geschenk weg von den autosuggests hin zu den echten genutzten keywords und alleine die tiefe auf tages wochen monat und quartalsebene in kombination mit der kategorie ist unglaublich mächtig und wer das thema product targeting ads noch nicht verstanden hat spätestens hier solltet ihr es verstehen weil das sind die produkte die wirklich klick konvertieren und daraus kann man genug ableitung treffen das soll zuerst mal gewesen sein im ersten teil zur brand analytics ist mega gut amazon suchbegriffe damit kannst du alles herausarbeiten du brauchst nur herunterladen drücken und hast die daten sofort zur verfügung ich wünsche euch viel spaß damit und wie gesagt wer mag lest euch den blog beitrag durch ich glaube ich verlinke ihn einfach noch mal rein als kommentar und dann ist gut und ich habe gelernt ihr müsst liken alles klar viel spaß damit tschüss ganze mei Untertitelung des ZDF für funk, 2017